Herzlich willkommen beim Rudel Army Homeworkout. Heute haben wir es mit einem 20 Minuten Beintraining zu tun. Ja, ihr hört richtig, 20 Minuten Beintraining, bei dem ihr nichts weiter braucht als ein Hantu und etwas zu trinken. Das heutige 20 Minuten Beinworkout stappelt sich so, dass wir die Beine einzeln rannehmen. Das bedeutet, erst das linke, dann das rechte. Also, lasst uns nicht lange fackeln, fangen wir an. So, beginnen wir mit dem Training. Die erste Übung sind deadlift einbeinig. So, ihr wisst, wie es geht. Wenn nicht, schaut zu. Wir stehen auf einem Bein, den linken und gehen nach unten. Schön das Bein einknicken. Dumpen gerade und versuchen, die Balance zu halten. Nach unten, das rechte Bein, rücken möglichst nicht den Boden. Und noch einer. So, ihr habt jetzt 15 Sekunden Pause. Dann machen wir dasselbe nochmal. Dann geht es zur nächsten Übung. Aber schön ausruhen, einmal tief durchschalten, bereit halten und los geht's. Das ist die Karte. Das ist die Karte. Ich bin auf einer Rückgang. So, nächste Übung für das linke Bein ist, wir nehmen eine Erhöhung. Wer keine Erhöhung hat, funktioniert trotzdem. Aber wir probieren es erstmal mit Erhöhung. Also, rechtes Bein auf die Erhöhung, schreit durch Stuhl, schreit durch Tisch oder Bettkante und wir machen einen schönen Squat. Können nach unten gehen, nach oben drücken, Versuch, dass das Knie nicht über die Zehen schaut und schön aus dem linken Bein drücken. Das selbe nochmal, ebenfalls mit dem linken Bein. Kurz ausruhen, atmet tief ein und dann geht's weiter. Bereit machen, schöner Abstand. Das Arsch will nicht vergessen. Wir fielen kurz spielen, aufrufen. Wer es nicht mehr schafft, halten, nicht absetzen, einfach losziehen, schön halten. Die selben Übungen, jetzt mit dem rechten Bein, wir beginnen mit den Deadlifts, einweilig, linkes Bein kann jetzt ein bisschen entspannen, rechtes ist jetzt rein. Jetzt nehmen wir das gleichzeitige kleine Muskeln in den Fuß. Rückenfahne lassen, auf eine Punkt konzentrieren und das linke Bein völlig entspannen. Radius von unten nach oben, kurz entspannen. Echtes Tag wird ja jetzt erst aufgewärmt. Schön durch das Füchen durchaus und macht euch bereit. Das Füß geht jetzt weiter. Schön gleiches Bildschreiben. Drücken gerade. So, als würden wir etwas aufheben. Letztes Mal. So, kurz ausschütteln, besucht euch eure Bettkante wieder. Couchträne, was auch immer. Linkes Bein, kommt jetzt auf die Erhöhung. Und wir beginnen mit den Split Squats. Entspannt das linke, nehmt das wirklich nicht zum Hochdrücken. Gemerkt die Spannung, wenn ihr das macht, haltet wirklich nur das rechte Bein in Spannung. Nutz die 45 Sekunden. Zerstört euer Bein. Auf geht's. 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 Jetzt geht's weiter. Hinter der Bein Bizeps. Wir gehen auf den Boden. und lehme das linke Bein nach oben, auf die Höhe, auf die Tischlehne und drücke unsere Hüfte in die Luft, nach unten und Hüfte in die Luft drücken. Wer keine Erhöhung hat, kann das trotzdem machen, indem man das Bein in die Luft hebt. Das ist eine ähnliche Übung, aber wer die Erhöhung hat, nutzt die Chance und macht einen schönen Vorhinterwürzen. So, kurze Pause, trinkt einen Schluck, dann macht euch wieder bereit für den nächsten Läden. Läden. Weiter geht's. Höhlen in die Luft drücken und hüfte nach oben, merke die Spannung. Hälfte ist geschafft, zieht durch, wer nicht mehr kann, nehmt einfach das Bein auf den Boden und macht die Übung trotzdem weiter. Zieht durch, ja, ist fast geschafft. Das nächste Mal. Sehr schön. Hört mein Käppich-Shop vor Ort. Weiter geht's. Geht ihr den Füchstern an und nehmt das linke Bein in die Luft, dreht euch schön in die Luft nach oben, als würde es mir irgendwas in die Luft drücken. Das ist das. Drei. Und die Reisen kannst du nach hinten, je weiter ihr kommt desto mehr Kondition habt ihr. Möi, ich schlafe die Gehrein. Guck mal, hau, hau. Ja das war. Du weisen wie es möglich nach hinten. Je weise ihr kommt, desto mehr Konfaktionen habt ihr. Ja. Putzen, Atme tief ein, merke den Schweiß, das ist ein schönes Gefühl, deswegen... Weiter geht's. Tolle Konzentration auf die Übung. Schön nochmal nach hinten fest pushen. Aber nicht mit der Geschwindigkeit arbeiten, sondern rein mit der Bewusstsein Kraft. Die 45 Sekunden voll ausnutzen. Die Pause wird genutzt zur nächsten Vorbereitung der Übung. Also macht euch bereit. Das rechte Bein steht da an. Tolle Power nochmal geben. Wie habt's bald geschafft. Macht dasselbe jetzt mit dem rechten Bein. Schön in die Luft drücken. Kurz halten. Und langsam nach unten. Und wieder exklusiv nach oben. Spürt die Spannung. Ihr wollt einen schönen Muskelkater haben. Und richtig starke Beine. Spannung. 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 Spannungsgerichte. Spannung. Spannung. Schau. Spannung. Spannungsgericht. Ihr wisst Bescheid. Wer nicht mehr kann, macht die Übung trotzdem weiter in der normalen Ausführung und dann trotzdem schön Becken nach hinten nehmen. Die anderen ziehen durch. Hälfte ist geschafft. Nächste Übung. Ihr wisst Bescheid. Geht in den vier Füßlergang und pusht das Bein nach oben. Tretet nach hinten. Nehmt den vollen Radius. Rücken bleibt gerade. Kein Buckel, kein Hohlkreuz. Spannt den Bauch an. Und drückt das Bein nach oben. Wer es nicht spürt, versucht den Arsch anzuspannen während ihr hochgeht und dann nochmal nach oben drücken. Einer geht noch. Einmal noch das rechte Bein. Und dann geht es zu den letzten Übungen. Einatmen, Bein ranziehen. Ausatmen, Bein ranziehen. Ausatmen, Bein ranziehen. Das macht den Beiß weg, geht an die Wand und jetzt noch mal eine Übung für beide Beine, 45 Minuten statisch, an der Wand stehen, noch mal um beide Beine schön auszupowern, setzt euch in den 90 Gradwenkel, macht es euch gemütlich und genießt die 45 Sekunden. Das Lächeln nicht vergessen, ihr wollt starke Beine, also wisst ihr das auch, mit Freude machen. Die 45 Minuten vergingen noch schnell. Jetzt Baden links, Baden rechts und beide Beine. Also, macht euch bereit, beginnt mit dem linken Baden, einfach über den Balken, nach vorne drücken, schön, als würden wir laufen. Ihr bleibt auf der Stelle stehen. Einfach eine Minute Ursch ziehen. Pausen sind was für euch. Ja. Wie gesagt, wir ziehen durch. Also, die 50 Sekunden lebt ihr mit, gebt nochmal Vollgas, drückt eure Waden nach oben, die führen euch durchs Leben. Und Wechsel, rechte Waden, Schiff zerstören, für eine Minute Vollgas geben. Die rechte Waden wird genauso zerstören. Die letzte Übung geht auf Vollgas, ihr habt es gleich geschafft. Die 15 Sekunden ziehen wir durch, ihr wisst Bescheid. Beide und Dante leistet beide Waden. So habt ihr bereit, beide Waden. Jetzt nochmal eine Minute Vollgas geben und dann habt ihr es geschafft. Gebt Vollgas, zieht nochmal los, die letzten 30 Sekunden. Gebt nochmal schneller, als würdet ihr durchs Leben springt. Und noch kommt, ihr habt es gleich geschafft. 1, 2, 1, ihr habt es geschafft. Was ist mein Workout. Jetzt bedeutet, erst mal einen Schluck trinken. So mein Rudel, ich hoffe, ihr habt euch kurz auskuriert und es geht in die nächste Runde. Ihr wisst nämlich Bescheid. Ein Satz besteht aus 4 Legs, wir haben aber nur 2 Legs pro Bein gemacht, bedeutet für euch steht jetzt die nächste Runde an. Ansonsten hoffe ich, das Workout hat euch gefallen und ihr gebt dem Video einen Daumen hoch. Schaut bei Coach B vorbei, Coach B macht auch absolut geile Workouts, das Foden Army Workout ist nämlich überall und in diesem Sinne checkt unsere Kanäle ab, checkt Coach B, das Kampfsportzentrum Dresden ab, checkt mich ab, Coyote auf Instagram und YouTube und bis dahin würde ich sagen mein Rudel, auf in die nächste Runde mit gut gebauter Rudelpower, euer Coyote.